Test, bin ich Mute? Das knappste Ding der Welt, ey. Okay, so viel lautet dafür, dass ich mich in meinem Kopf... Äh, Mute! Lachkick! Moise! Reeper ist schon wieder ein Poster mit mir. Du Penner! Wir sind wieder ein Poster mit Simon. Äh, wir sind nicht gewürtet gewesen, scheiße. Jungs, es war gut jetzt. War aber auch ein Poster mit Simon, wie geht das? Pfff! Was hat der jetzt schon wieder? Was hast du da? Chef Strubel? Ja! Willst du nochmal ran? Also, ich hab Chef Strubel, weil er eben tot war, äh, die ganze Zeit Trash getalkt, weil er dauertot ist, seit 90 Minuten. Ja. Er ist mir auf einem Spawn, hat er mich kurz gesucht und ist mir dann bis zum Office hinterher gerannt. Dann hab ich die ganze Zeit um den Tisch rum getanzt und Chef Strubel hat versucht, an mich ranzukommen, aber dann konnte ich den Report-Button drücken. Das stimmt. Chef Strubel, was, was, was willst du? Das stimmt, das stimmt. Ich bin, äh, einfach, ich hab geguckt, wo du, wo du bist. Ich bin... Ey, das ist wieder so ein Witz. Guck mal, das ist so random, bitte. Nee, lass die nicht wollen. Aber warum läufst du mir denn so dumm hinterher? Ich bin die ganze Zeit nur Crew-Mate, ich bin die ganze Zeit nur Crew-Mate. Ja, ja, und jetzt Imposter, scheiße. Und jetzt Imposter und bist raus. Wer traut sich? Wer traut sich? Wer traut sich? Oh, oh, gleich kleine. Ich glaub' ich nicht. Ich glaub' ich nicht. Wer traut sich? Wer traut sich? Nein. Lass den armen Chef doch mal leben. Ich weiß nicht, warum er so läuft, also, egal ob er Imposter ist oder nicht, damit hat er verdient, rauszufliegen. Oh! Let's go, Chef Strubel! Oh! Sack! Wer hat... Wer hat... Wer hat... Wer hat... Wer ist einfach aus dem Discord rausgekommen? Das ist doch scheiße. Warum passiert das eigentlich in jeder Session mindestens einmal, dass der Chef Strubel raus wurde? Mann, nein. Ich war kurz gemütet, was war überhaupt? Jetzt hab' ich schlechtes Gewissen. Jetzt hab' ich schlechtes Gewissen. Simon, du ist ein Sau. Mute bitte, mute bitte. Besprech' mir gleich. Versteh' ich auch nicht, was er mir da hinterherläuft. Also, das musst du mir mal erklären. Machen wir jetzt den Button, nur um darüber zu reden? Hey, ich war Mugi muted, dann hör' ich Fabo traust dich und dann hab' ich irgendjemand gevotet. Oh mein Gott, ey. Trimax, sie fühlt sich jetzt. Sie fühlt sich jetzt. Unglaublich gut. Also, egal ob er Crew ist oder Imposter, warum macht der das? Warum? Warum? Also, Trimax zu voten, werdet ihr da auch dabei? Nein, nein, nein. Also, wenn jemand schon mal plus eins... Ich bin da für Trimax zu voten. Ey, ich fühl mich jetzt richtig schlecht wegen Cheffe. Nein! Nein! Ich vote Hanky, der hat Hanky gevotet. Hä? Ich vote Fabo, die Drecksau. Hä? Ich vote Fabo, die Drecksau. Hä? Seid ihr blöd, oder was? Mann, ich will mitreden, Alter! Traut ihr euch? Traut ihr euch? Ich hab Fabo gewonnen. Ich will raus. Ohohohohoho! Eindeutige Nummer! Ey, stell dir vor, wir haben jetzt gewonnen. Niko, zu wenig. Zu wenig versuch. Das letzte Mal wirklich. Haare hoch. Mach meine Tast nicht. Bin ich mute? Das war ja völlig random. Das war ja double random. Ich hab nicht ein Quäntchen Mitleid für Chef Strobel. Wieso läuft der mir von Anfang an hinterher? Das ist doch wahnsinnig... Also ich will... Ne, ne, ich möchte ganz kurz... Fabo woten! Fabo woten! Hey, der ist tot, der Idiot! Was? Nein, niemand ist tot. Ich will Fabo woten, als Henkes letzten Wunsch. Den müssen wir aber erfüllen. Ja, ich wollte Nico, lass Nico woten. Das war der letzte Wunsch. Henke, ich gebe alles für dich. Henke, ich gebe alles für dich. Ey! Was war das denn hier? Ah, Schaden! Niko, bester Mann! Henke, du bist tot, du Eselkopf! Aber Fabo, der hat der Wunsch war, Niko rauszuwoten. Ja, jetzt Niko raus. Und mein letzter Wunsch... Freunde, nein, nein, ey. Wir treiben dich. Fabo, also schlägt mal. Was ist das für eine random ohne Hilfe? E. E. Ja. E. Ein Unge. E. 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 Aber weißt du was? Mach dir jetzt einen Double Kill und enttäuscht uns nicht, mach dir jetzt einen schönen Reaktor-Double-Kill und enttäuscht uns nicht. Wenn dir das jetzt verkackt, dann... Ah, mein letzter Wunsch ist Unge, mein letzter Wunsch ist Unge. Nein, 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 dann werde ich jetzt sterben. Können mich jemand töten, bitte? Ich bin nicht rausgewundet. Wer ist Imposter? Ich komme zu dir, schlacht mich ab. Ich, 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 ich. Mach den aktuell, dann kann keiner drücken, schnell. Nein, geht. Ey, aber was war kurz? Der letzte Wunsch war Simon, bin ich da verkehrt? Ihr habt's falsch verstanden, ihr habt's falsch verstanden. Sein letzter Wunsch war... Nein, nein, ich glaube, es wurde sich gewünscht, dass du gehen musst. Sein letzter Wunsch war einmal mit Simon Tag verbringen. Und das kann... Nee, nee, das machen wir schon. Ah, scheiße, ich bin wirklich in Poster. Scheiße. Oh nein, ey, Leute, ich bin in Poster. Schade, wenig, komm, du reichst alleine noch. Komm schon, wenig, komm. Komm. Bitte vote wenig, sonst ist es doof für die Poster. Okay, perfekt. Irgendjemand muss Button machen. Ich hab gar mehr. Das ist eine richtige Wix-Runde, ist das eigentlich. Ich auch. Was geht denn hier ab? Wie passt das auch? Ja, wenig, ne? Ja. Hm, ich wär vorsichtig. Unges letzter Wunsch. Du musst das trotzdem gewinnen. Halblang machen. Moin, Max. Reapers, du bist es. Ja, okay, von mir aus. Ich word wenig. Ja. Ey, Leute, lasst Reapers voten, dann haben wir die Runde gewonnen. Lass einfach Trimax voten, oder? Ich hab doch das Ganze initiiert. Ja. Moin, Max. Moin, Max hat das Ganze initiiert. Er sagt es sogar. Er sagt es sogar. Mein letzter Wunsch ist, ähm, Elfine. Nein, hey, hey. Hat noch jemand einen Button? Hat noch jemand einen Button? Ich hab keine. 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 Ich hab keine Poster. Ah, ha, ha, ha. Ah, jo. Faze, hilf mir. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Ich hab keine mehr. Wer hat denn noch welche? Ach du Scheiße. Und nun? Ich bin mir gleich gezählt. Es ist Reapers. Zwar irgendeine Troll-Runde, aber irgendwie auch. Oh, Reapers. Ist doch jetzt safe einer tot, oder? Was? Beide überlebt? Das gibt's doch nicht. Huge place. Seht ihr das? Ey, ihr braucht keine Tasks machen, ne? Die Geister machen eh keine Tasks. Alle Geister im Chat. Hier ist ein Müllversteck. Jetzt? Ich will ihn nicht sterben. Kurz auch kurz. Kurz auch kurz. Schau. 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 Was? Was? Die leben auch alle noch? Gibt's doch nicht. Hm. Ja. Ich wollt sogar genau, dass das passiert. Ganz ehrlich. Last Random Voten, oder? Was sagt ihr? Hm. Wie Last Random Voten? Ja, keine Ahnung. Ich hab mich auch die ganze Zeit extra reingeschickt. Also ich würd jetzt Reapers roten. Tatsächlich. Wow, Alter. Der erste Hakt sogar. Toll. Für Max so oder so easy. Ja, für mich bist du so oder so Reapers. Das war doch kacke, Vace. Warum? Sorry. Ah. Scheiß drauf. Vace, wieso rotest du nicht Trimac? Oh mein Gott. Easy Win. Es war wirklich Chef Strobel. Es war wirklich Chef Strobel. Ja, logisch war es Chef Strobel. Oh mein Gott. Reapers. Oh mein Gott. Wie Lost ist er denn auch? Reapers. Krass. Aber wer von euch dachte, ich war es mit Veni am Ende? Ich hab's gedacht. Hey Reapers, wie fandest du die Runde, dass Chef Strobel mir von Anfang an hinterher rennt? Naja, das fand ich gut. Das hat auch dann Spaß gemacht, wie der sich gegenseitig gewartet hat. Also Chef war es nicht irgendwie, oder wie? Öh. Und Chef eigentlich noch weder, oder? Ja, öh. Chef ist jetzt geragequittet. Nein, der ist geragequittet. Der will nicht mehr mit uns spielen, weil wir ihn rausgevotet haben. Können wir den anrufen? Können wir den anrufen? Trimac, dann willst du in die Runde schieben. Ey, er wurde doch zu Recht rausgevotet. Er war doch ein böser Mensch. Er ist dann sauer. Nee, der ist dann sauer. Der findet, das war ein random vote. War doch echt. Der zockt jetzt FIFA. Der ist übel mad und zockt jetzt FIFA. Wie? Weekend League wenigstens. Ja, ja. Natürlich. Aber hat er auch geweint? Der ist stinksauer. Wie sauer ist der? Richtig sauer ist der. Trimac, sag mal jetzt auf der Skala von 1 bis 10, wie sauer ist er jetzt? Boah, der Strom ist schon so eine 8 von 10 gerade. Der ist richtig sauer. Er war ja noch im Rahmen. Max? Max, der machst du? Eine 9 von 10 ist, wenn ich ein 13-jähriger im Trimax Club in Portland fühlen. Genau so. Trimax, dann rufst du ihn jetzt mal an. Ich ruf den nicht an. Der schreibt mich völlig zusammen. Du rufst ihn an. Du entschuldigst dich jetzt. Ich rufst du ihn mal an. Ich rufst du ihn mal an. Ich rufst du ihn mal an. Trimax, gib nur mal durch. Ich rufst du ihn jetzt an. Ja, wenn du... Gibst du ihn auch an. So ist es nicht. Aber... Ich glaub, dass wir uns verraten ab, wenigstens. Ich schick mal an. Ich schick mal die Nummer. Reapers, schick mal die Nummer weiter. Sag mal einfach seine Nummer laut. Sag mal einfach seine Nummer laut. Sag mal einfach seine Nummer laut. Ja, diktierst du kurz die Nummer laut. Ist der jetzt wirklich gerage-cretet ohne abmelden? Trimax, du rufst ihn jetzt an und sagst Entschuldigung. Ja, aber wir müssen Caruso schreiben. Wofür denn Entschuldigung? Ja, das machst du jetzt einfach Trimax. Auf gar keinen Fall. Der wollte wieder mich töten. Und das ist ja richtig dick in seinen Titel schreiben. Aber diesmal hab ich ihn abgewährt. Wenn wir einen Fehler machen... Max wird doch gar nicht abgewährt. Max? Hä? Was war's denn, der Upload? Ich kenne aber Chef Stroblad einen richtig langen Puller. Du hast damit seinen YouTube-Upload kaputtgegangen im Dezember. Weißt du, wie viel Geld das gegeben hätte? Ja, ist doch scheiße, Alter. Ich spielte Trimax und niemand hat's gemerkt. Trimax. Heißt der Titel. Schade, Trimax. Gönn doch, gönn ihm doch. Nicht schon wieder, ich... Gönn an, er sagt ja nicht mal Entschuldigung. Also, es ist wirklich... Wenn du dir den Entschuldigst, dann gibt's Gemüse. Wenn du dir den Entschuldigst, dann gibt's Gemüse. Gönn an anderen, what the fuck, Alter. Warum Max? Oha! Er tut da an, er ruft an! Wir rufen an. Shhh! Gemüse für Trimax, Gemüse für Trimax. Ich geb dir Brokkoli. Er geht nicht ran. Er geht nicht ran. Ich werd Trimax mit Brokkoli füttern. Boah, echt? Heute gibt's Lellerie-Schnitzel aus der Pfanne. Mit so'n perverser Sexwunsch, einfach Trimax mit so'n Brokkoli füttern. Während er gefesselt ist. Der stinksau, der geht nicht ran. Frisst du, du Hecksau. Der ist knallrot. Der helft sie mir. Der redet sich richtig in Rage. Ah, aber du hast so'n kleinen Lümmel. Aber stinken tut er. Schade, das ist Chef Drobel. Schade, das ist Chef Drobel. Lass noch die Nummer gleich durchlaufen, ne? Genau, das ist doch ganz nice. Oh. Der ist richtig stinksauer. Oh, Chef. Ich glaub, jetzt geht's langsam auf einen 9, oder? Was meint ihr? Ich glaub auch. Oh, oh. Oh, oh. Wen hast du denn, Weni? Wen hast du denn? Jeff. Ah, mein Name ist Jeff. Genau. Chef Strobel ist raus, Chef ist raus. Dann holen wir einfach Jeff, dass es nichts passiert. Was? So weit? Na ja, Weni. Kannst du dir eingefallen tun? Könntest du deinem Kollegen sagen, er soll sich Jeff Strobel nennen? Oh. Oh. Weil wenn ich sie rund zusammenschneide, dann sieht's da nachher so grob aus. Oh, Digga. Dann fände ich auf, dass wir jemanden rausgemobbt haben. Dass wir das selbes Outfit anziehen. Ja. Alles egal, hauptsächlich Reweep, sag ich immer. Komm. Und er darf nur Trimax töten. Ja. Jeff Strobel, los. Schreiben wir jetzt Tweets alle? Ja. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie lost das ist? Ja stimmt, das war Trimax-schuld. Trimax-schuld. Ich hab ihn, ich hab ihn ne halbe Stunde getrash-talkt und dann wollte er nur unbedingt mich töten. Und ich hab ihn ne Falle gestellt. Und er ist angebissen. Er ist durch die komplette Map hinterher gesprintet. Einfach alles schreiben, es tut mir leid. Ich schreib jetzt, hey, es tut mir leid. Ja. So, hab getweetet. Es tut mir leid. Damit er weiß, es tut uns leid. Nur Trimax tut's nicht leid. Gar nicht, gar nicht. Hab ich jetzt auch zugeschrieben. Cheffe, was ist los? Ihr seid solche Yarax, Alter. Cheffe, sag ich ehrlich, komm. Irgendjemand muss Jeff Strobel rufen. Nee, Chef ist doch... Wir haben einen Ersatz für dich gefunden, der heißt Jeff Strobel. Ich komm gleich rein. Sehr gut, sehr gut. Oh, der arme Jeff. Nee, nee, nee. Wir können einen mit Jeff machen. Wir können einen mit Jeff machen. Komm, einer mit Jeff Strobel. Einer mit Jeff Strobel. Aber deine Haare, da müssen wir uns noch mal drüber unterhalten. Ja, aber weißt du... Wie wär's mit... Ich spiel so gerne mit dir. Ich spiel dir auch gerne am Ding. Oh, Imposter endlich. Au, Simon. Oh, Mut vergessen. So, jetzt Konzentration ernsthaft. Simon, jetzt Klappe. Wenn ich tot bin, denk dran, Simon spielt an meinem Ding. Sag mal, ist das da oben, äh... Simon ist es. Nein, ich bin... Ich hab reportet, ich hab reportet. Ich hab reportet. Nein, ich war nicht mal bei Reapers. Ich bin nach links gelaufen. Ich hab gerade Gasflaschen gemacht. Nein, ich hab doch alles gesehen. Wir haben's doch schon. Ich kam gerade aus dem... Wie heißt das Teil, womit man Planeten beobachtet? Äh, Astronaut. Planeten beobachtet. Sauber, Leute. Sauber. Teleskop. Tele-Haro. Genau, da kam ich gerade raus. Ja. Da kam ich gerade raus. Gerade geschlossen. Und, äh, Jeff hat einfach Reapers getötet. Aber der war gerade noch an meinem Bild. Jeff, das war der Fall. Ich hab gevotet. Was? Ich hab Trimax gebotet. Was? Ich hab Trimax gebotet. Der Call war noch ganz weit unten im Labor. Kurz vor der Schleuse. Kurz vor der Schleuse. Das war einfach auf meinem Bild mit drauf. Also von mir aus, wir können auch skippen, damit der Trimax geht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Direkt vor mir. Ich hab Trimax gebotet. Ich hab Trimax gebotet. Ich hab Trimax gebotet. Okay. Was? Ja. Nee, 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 nee. Du hast jetzt wirklich nicht gebotet. Nein, nein, hat sie nicht. Sie lügt. Ich hab dich wirklich gebotet. Sie ist eine Lückerin. Sie lügt. Jeff, du musst auch noch wohnen. Ich hab dich wirklich geboten. Nein, nein, nein. Was soll ich da zu groß sagen? Ich konnte nicht für Chef Strobel verteilen. Naja, dann vote doch erst mal. Ach, Mensch. Ja gut, zwei Leute haben nicht gebotet. Das ist ganz klar. Fiene und Jeff. Perfekt. Fiene und Jeff. Fiene raus. Fiene raus. Ich drück den Button. Chef Strobel geboten. Oh, ja. Oh, Leute. So eine Scheiße, ey. Wir wollen nicht spielen, ey. Ich liebe unsere Schwitzer rum. Ich liebe unsere Schwitzer rum. Wo wir alle so richtig try haben. und es so um Mord und Tod statt geht. Aber jetzt nicht mehr so viel. Komm. Simon, du liebst uns immer. Konzentrieren. Lass mal richtig spielen hier. Richtig. Digga, der Arme. Kommt einfach rein. Und ist direkt raus. Oh mein Gott. Das ist so frech. Das ist so frech. Aber er war da. Er war der Einzige, der da war. Oh mein Gott. Fiene war es nicht. Ich wollte den Button drücken, aber keiner macht es nicht an. Ey Leute. Er hat den FN gestorben. Es war Double Kill. Es war ein Double Kill. Das war's überhaupt nicht, Jeff. Okay. Ich vote Trimax. Ich vote auch Trimax. Hey, Leute. Unge, wir waren zu zweit da. Ich war Lifeline, Admin, Lifeline, Admin. Und dann kam ich wieder Lifeline. Fiene tot. Ich hab's sogar reportet. Ja, toll. Und da hast du einfach gerade eben auch Jeff rausgeworfen. Obwohl du's bist. Was soll die Scheiße? Ich denk, Veni ist es. Ich... What? Veni, bist du's? Sag die Wahrheit. Wenn du nix sagst, bist du's, Veni. Das wär doch der wackste Kill aller Zeiten. Scheiße. Ich dachte, er hat nicht gesehen, dass er gewünsig ist. Okay. Also er war wirklich wack Trimax. Sorry. War noch irgendjemand bei uns? Als du weggerannt bist. Kam dir da jemand entgegen? Wieso hast du... Du hast gesagt, du hast Jeff gesehen. Aber es kann nicht sein. Es müssten zwei Imposter noch sein. Du hast gelogen. Wieso sagst du Jeff? Wieso sagst du Jeff? Ja, sagst du gar nichts mehr, oder was? Mund tot. Ich hab geskippt. Ja, nee, dann... Ja, nee, dann... Ey, ist mir auch fest geil, wenn Veni ist. Ich wohne zu Trimax jetzt und ich sag euch ja warum. Wegen ihm ist schon wieder Jeff weg. Wegen Trimax? Ja, wegen Trimax. Wegen Trimax. Bini, ist okay, wenn du da bist. Aber Trimax muss raus. Ich bin nicht einfach. Okay, dann muss Trimax raus. Raus. Trimax, du hast... Du hast einfach gerade... Ich hab gar keinen Plan. Nee, Trimax wirklich raus. Mann, die Runde ist doch je wieder für den Arsch. Nach der Prinzipie und Boden. Trimax wurde einfach tot geredet. Aber das Einzige, was jetzt in der Verteidigung sagt, ist, ich will skippen. Bei sechs Leuten, mit noch zwei Porten liegen. Ich musste... Fuck, er hat mich total erwischt. Ich sag, es war Jeff und es kommen trotzdem zwei Kills. Dadurch war es automatisch nicht Jeff. Dadurch war es ich. Kann ich nichts sagen. Ich musste aber auf Waze. Was hat denn Waze da oben bitte gemacht? Die Runde geht los. Er tötet den ersten, den er sieht. Und ich muss das dann irgendwie noch... Ich hab's doch übelgut gerettet. Ich hab's doch todesgut gerettet, die Sache mit. Ich hab's einfach Jeff. Ich musste sagen, es ist Jeff. Ich weiß noch nicht mehr, wer Jeff ist. Ich hab ein superschlechtes Gewissen. Ich vote immer Chef Strobel raus. Weil er immer Imposter ist. Und dann gibt's... Dann Rage quittet der. Und für Chef Strobel kommt Jeff Strobel. Und direkt vor uns passiert ein Kill. Scheiße einfach. Scheiße, Mann. Gut, Waze. Der macht das jetzt. Hier wieder am Anfang. Uh. Zwei Leichen. Zwei Leichen. Schaffst du noch eine dritte? Der hat einen Run. Der hat einen Run. Der hat einen Run. Uh. Da war's ein bisschen im Klick. Ich hab's da nicht gesehen. Nee. Einer von euch. Herr Strobel ist, der vom Spawn bis zu Office hinterher gelaufen hat. Dann versucht, um den Tisch mich rum zu töten. Ich bin ganz alleine. Wofür musste ich mich da entschuldigen? Ganz alleine. Ich hab grad Lights gefixt, by the way. Ich hab grad Lights gefixt. Ich hab... 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 Er war doch sogar Imposter. Ich glaube nicht, dass es Waze war. Ich bin Lights gewesen, ja? Was soll ich sagen? Ich habe Lights gefixt. Ja, aber die Lichter sind hier angegangen. Wer hat die denn dann angemacht? Ja, du. Das ist das Game. Dann kannst du nicht sagen, dass einer da oben in Lights war. Also eine Figürchen. Ich habe doch gerade nur gesagt, dass ich Favo bestätigen kann, wo er war. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Favo, wirklich, es ist so ein Ding. Henke würde auch sagen, Vote Waze. Und wenn Henke das sagen würde, dann würde ich es auch machen. Vote Waze. Ja, es ist halt einfach so. Ja, wie gesagt, ich war jetzt die ganze Zeit live. Also Favo ist es 100%ig, sonst würde er nicht so zögern. Favo, du bist jetzt der Scheiße. Was habt ihr das? Was? Wen habt ihr erste Runde gevootet? Da habe ich Jeff gevootet. Ich dachte, der ist es. Ich habe geskippt. Ja, ja klar, jetzt hat er geskippt, Digga. Er war der Heilige. Was? Hast du die Vier oder so geskippt? Ja, was? Nichts. Erwoll. Keine Ahnung, ich habe doch... Nice, Favo. Ich war die ganze Zeit allein. Nee, war gut, war gut. Ey, good job. Du hast den richtigen getroffen. Waze, bist du müde? Nein. Hä, Waze, hast du heute Geburtstag? Alter, Waze, was war denn das für ein Kill, Mann? Da waren überall Leute und du hast einfach jemanden gekillt. Waze, ich habe Geburtstag heute. Jeff, es tut mir leid. Waze hat heute Geburtstag. Alles gut, alles gut. Trimax, du wurdest von mir in den Boden gerammt. Hast du das gemerkt, Trimax? Ja, es ging nicht. Waze, der geht voll Rampage, hat einfach alles getötet, was in die Quere kam und ich muss dann aufräumen. Und dann musste ich sogar Jeffs... Es war Jeff, ich bin voll assi, Alter. Er spielt die erste Runde mit und wird direkt rausgevotet als Crew. Wie assi. Was? Was ist echt assi? Ich bin da. Nein. Nee, Chef Ströbli ist wieder da. Jetzt Chef. Aber Jeff, vielen Dank fürs Einspringen. Eine Runde noch. Ey, ich bin auch noch eine. Ich bin auch noch eine. Letzte. Ja, eine letzte Runde. Letzte Runde, letzte Runde.